In der vergangenen Woche ist es auf der Bundesautobahn 44 Richtung Dortmund zu einem spektakulären Zwischenfall gekommen. Es geht um das Thema illegale Kraftfahrzeugrennen und Überholen eines Fahrzeugs auf dem Seitenstreifen mit einer Geschwindigkeit von 200 kmh. Ja, darum geht es in diesem Video, was dem Übeltäter, der erwischt wurde, glüht und was man auf Seitenstreifen eigentlich darf und was nicht. Das erfahrt ihr nach dem 20-sekündigen Trailer. Deswegen bleibt dran, nutzt die Zeit, um den Kanal zu abonnieren, das Video zu liken, zu teilen und vielleicht einen Kommentar dazu lassen. Bis gleich. Mein Name ist Christoph Reuter, ich bin Rechtsanwalt bei der Kanzlei Vogt Rechtsanwalts GmbH. Wir sind Deutschlands größte Verkehrsrechtskanzlei, haben bundesweit über 25 Standorte. Ich verantworte die Standorte in Köln und Koblenz und ein wichtiger Teil unserer Tätigkeit ist die Verteidigung in Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren und in Verkehrsstrafverfahren. Und um Verkehrsstrafverfahren geht es heute, geht nämlich um einen Zwischenfall aus der vergangenen Woche. Da begab es sich auf der A44, dass ein 23-jähriger Autofahrer im Auto seines Papas so ein bisschen das Tempolimit ausreizen wollte und mit 200 kmh auf der Autobahn gefahren ist. Dabei hat das Fahrzeug leider nicht auf der linken Spur überholt, sondern insbesondere ein Fahrzeug des Hauptzollamtes auf dem Seitenstreifen rechts überholt, an ihm vorbeigezogen. Da haben die Beamten gleich die Polizei gerufen, die dann mit mehreren Einsatzfahrzeugen ausgerückt ist. Es gab dann noch eine kleine Verfolgungsjagd. Letztlich konnte dann aber dem Übeltäter der Weg abgeschnitten werden. Und ja, letztlich hat er jetzt ein Verfahren wegen illegalen Kraftfahrzeugrennens an der Backe und diverser anderer Straftaten in diesem Zusammenhang. Außerdem wird in dem Fall dann natürlich die Straßenverkehrsbehörde die Fahreignung zu prüfen haben. Das heißt, ein Entzug der Fahrerlaubnis droht dem Kandidaten, eine Geldstrafe droht dem Kandidaten und die Fahrerlaubnis bekommt er voraussichtlich erst dann wieder, wenn er eine erfolgreiche medizinisch-psychologische Untersuchung hat über sich ergehen lassen mit einem entsprechend für ihn vorteilhaften Befund, dass Fahreignung also wieder vorhanden ist. Aber das ist natürlich alles Zukunftsmusik. Das wirft insbesondere, das wirft viele Rechtsfragen auf, aber insbesondere zwei Rechtsfragen, um die ich mich hier kümmern möchte in diesem Video. Es geht einmal um die Frage, wieso illegales Kraftfahrzeugrennen? Und dann geht es um die Frage, was darf man denn eigentlich auf dem Seitenstreifen? Ein illegales Kraftfahrzeugrennen, da stellt man sich ja eigentlich darunter vor, dass da mehrere Teilnehmer versuchen, über einen bestimmten Streckenabschnitt der Schnellste zu sein und wer als erstes durch Ziel geht, hat gewonnen. Wenn das Ganze dann mit erheblicher Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit und besonderer Rücksichtslosigkeit in der Fahrweise einhergeht, dann haben wir ein Rennen. Aber es ist tatsächlich so, Voraussetzung ist nicht, dass sich hier mehrere Teilnehmer an so einem Rennen sich messen und versuchen, der Schnellste zu sein. Nein, es gibt auch nach dem gesetzlichen Tatbestand die Möglichkeit eines sogenannten Alleinrennens. Oder ich würde es bezeichnen nicht als Rennen gegen jemand anderen als Teilnehmer, sondern Rennen gegen die Zeit, gegen die Uhr. Das ist also durchaus möglich, wenn man versucht, eine möglichst hohe Endgeschwindigkeit, eine möglichst hohe Höchstgeschwindigkeit zu fahren, dabei die Geschwindigkeitsbegrenzung erheblich überschreitet, auch bei weitem nicht angepasst fährt, besonders rücksichtslos fährt. Dann ist man im Grunde schon Teilnehmer an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen. Und das ist ja ein Straftatbestand, wo hier also Geldstrafe und natürlich Entzug der Fahrerlaubnis drohen. Selbst dann, wenn es überhaupt gar keine negativen Folgen hat, außer dass vielleicht ein paar andere Verkehrsternehmer einen Schreck davon getragen haben. Also das Ganze ohne Unfall, ohne konkrete Gefährdung. Alleine die Tatsache, dass da gegen die Zeit, gegen die Uhr ein Rennen gefahren wurde, führt hier schon zur Strafbarkeit gemäß Strafgesetzbuch und dem Tatbestand des illegalen Kraftfahrzeugrennens in der Form des sogenannten Alleinrennens. Andere Teilnehmer also gar nicht notwendig. Und das ist natürlich der Vorwurf, den sich hier auch der 23-jährige Schnösel im Auto seines Papas stellen muss. Denn wer so riskant fährt, auf dem Seitenstreifen der Autobahn rechts überholt, sich dann möglicherweise noch eine Verfolgungsjagd leistet mit der Polizei, die ihre Mühe hat, ihn anzuhalten, dann sind wir natürlich im Bereich des illegalen Kraftfahrzeugrennens. Klarer Fall. Und da ist es dann auch so, hier haben wir es mit einem Straftatbestand zu tun. Dahinter tritt natürlich der Verstoß zurück, dass man hier den Seitenstreifen verkehrswidrig befahren hat. Das ist natürlich auch der Fall, aber das wird dann nicht weiter verfolgt, weil wir ja hier nicht im Bußgeldrecht sind, sondern schon gleich wegen des illegalen Kraftfahrzeugrennens im Verkehrsstrafrecht. Und das ist nicht zu unterschätzen. Man darf davon ausgehen, dass der Übeltäter hier für mehrere Monate, wenn nicht Jahre, kein Kfz mehr legal wird führen können. Die zweite Frage ist die, was darf man eigentlich auf so einem Seitenstreifen der Autobahn? Auf einem Seitenstreifen außerhalb der Autobahn darf man übrigens, Funfact, sogar parken. Das ist legal und steht sogar in der Straßenverkehrsordnung als Möglichkeit. Aber ein Seitenstreifen oder im Volksmund natürlich auch Standstreifen genannt, auf einem Seitenstreifen der Autobahn darf man eigentlich nichts. Da steht in der Straßenverkehrsordnung nämlich nichts anderes, als dass der Seitenstreifen einer Autobahn nicht als Fahrstreifen gilt. Punkt. Da ist das Gesetz, die Straßenverkehrsordnung, ein bisschen lakonisch, aber im Grunde sagt das ja schon genug aus. Der Seitenstreifen ist kein Fahrstreifen, also darf man schon mal nicht auf ihm fahren. Ja, was darf man denn sonst anstellen mit dem Seitenstreifen? Man darf dort stehen im Notfall, das heißt bei einer Panne oder vielleicht auch bei einem medizinischen Notfall. Das ist also zulässig, sollte dann aber natürlich die Warnblinkanlage einschalten und sich möglichst hinter die Leitplanke begeben aus Sicherheitsgründen. Dann darf man dort stehen, natürlich, wenn man von der Polizei angehalten wurde, wenn man rausgewunken wurde, rausgezogen wurde von der Polizei, dann darf man auf dem Seitenstreifen stehen. Und man darf ihn ausnahmsweise als Fahrbahn benutzen, wenn das durch Beschilderung so ausgewiesen ist. Es gibt durchaus schon mal an Stauschwerpunkten die Beschilderung, das ausnahmsweise auf einem bestimmten Streckenabschnitt der Seitenstreifen, der Standstreifen, als Fahrbahn benutzt werden darf, zum Beispiel von LKW. Aber das gilt natürlich nur für die Abschnitte, wo das ausdrücklich durch Beschilderung so ausgewiesen ist. Ansonsten ist der Seitenstreifen absolut tabu. Das heißt, mal eben anhalten, weil man pinkeln muss, ist nicht. Mal eben anhalten, weil jemandem schlecht geworden ist, ist auch nicht. Dafür sind eben die Rastplätze da, die es ja auf Autobahnen nur eigentlich auch in ausreichender Anzahl und in regelmäßigen Abschnitten geht. Ja, ich hoffe uns allen, dass uns so eine Raserei nicht unterläuft, wobei man dazu sagen muss, das geht natürlich nur als vorsätzliche Tat. Versehentlich passiert so etwas nicht. Was versehentlich aber schnell passieren kann, ist, dass man gerade nicht aufgepasst hat, eine Geschwindigkeitsbegrenzung übersehen hat und ein paar kmh zu schnell ist, dann kriegt man unliebsame Post nach Hause. Wie damit umzugehen ist mit einem Anhörungsbogen, mit einem Zeugenfragebogen, habe ich in vergangenen Videos ausführlich berichtet und wenn man richtig Nägel mit Köpfen machen möchte, dann beauftragt man einen Verteidiger, der dann alles daran setzt, das Schlimmste zu verhindern, insbesondere Punkte und Fahrverbot. Dafür stehe ich gerne zur Verfügung. Wenn dann noch eine Rechtsschutzversicherung vorhanden ist, dann kann schon nichts mehr passieren. Dann haben Sie alle Möglichkeiten, um das Schlimmste zu verhindern. Dafür stehe ich gerne zur Verfügung. Kontaktdaten in den Shownotes. Schreibt mich an, ruft mich an. Wir konnten da schon vielen, vielen Autofahrern weiterhelfen und dafür sorgen, dass sie nicht für ein oder zwei Monate zu Fuß gehen müssen, wie das ursprünglich von der Straßenverkehrsbehörde gedacht war. In dem Sinne wünsche ich uns allen gute Fahrt für die Zukunft und bis zum nächsten Video. Schaut wieder rein, wenn es soweit ist. Auf Wiederschauen. Schaut wieder rein, wenn es soweit ist.